Wir gehen zu der seltsamen Welt und Chapter 2, oh mein Gott, drei Monate nach, oh, Chapter 1, alles klar, Freunde, da fahren wir mit dem Bus anscheinend irgendwo eine Straße entlang und, oh, wo ist mir denn jetzt hier angekommen, Freunde? Oh mein Gott, schaut euch das Ganze, man, das hier ist jetzt Chapter 2 von den Rainbow Friends, oh, warte mal, wer ist das hinter uns? Oh mein Gott, ein neues Rainbow Friends Monster, warte mal, das ist, oh, das ist ein gelbe Monster, ne, er kommt doch hier hoch und, ha, wer kommt hier nicht nach, okay, er kommt nach oben, alles klar, okay, ich renne, ich renne, ich glaube, ich sollte rennen, nein, renne, renne uns, oh, er hat uns geschnappt.